Ich bin Bernhard Meichtri, ich bin für die Grossarztliste auf einer CWB Bezirke Leicke. Ich wollte mich sehr engagieren für das Oberwallis, für die Region Leicke. Ich bin überzeugt, dass wir als Oberwalliser verstärkt auftreten gegenüber dem Unterwallis und uns auch ein bisschen mehr zur Wert setzen müssen, weil das Verhältnis über Unterwallis ist in meinen Augen der Moment sehr schlecht. Wir werden nicht wahrgenommen, unsere Interessen werden nicht abgeholt und wir sie auch finanziell in vielen Belangen klar benachteiligt. Ich finde, das geht nicht mehr. Wir sollten euch als Partie zusammenstehen mit der Wirtschaft und anderen Bereichen, um die Missstände aufzuzeigen und etwas zu ändern.